Also wenn er später ein bisschen mehr Stealth mäßig wird. Um 30 Sekunden. Just got the green light, people. Let's get it together. 30. Dostad. Pepper. Kozak. So they actually got those working? Not bad. Hey, well the tech works great. You try to move too fast, isn't it? What's the app? Warlord. Hidin' in a refugee camp. Sounds like he's got the same supply as our friends in South America. Intel's on the MRT. The man you brought in, Paez, coughed up about a hundred names. Most of them are small to mid-time players in South America. But we did dig out one unusual connection. Gentlemen, we're heading to Africa. Paez's gear was only part of a larger shipment. Another part went into Zambia, to a man named Dedi Makaba. Makaba's an Angolan warlord and war criminal. He fled Angola and crossed the border into Zambia, where he set up shop right in the middle of a refugee camp. He's got a fresh shipment en route. Makaba's just a means to an end. Your priority is intel on the source of that shipment. A window's tight on this, so it's gonna have to be a daylight raid. A local contact will get you into the camp. Find Makaba, find his shipment, and find his source. We don't have the processor power yet, to let the adaptive camo function while you're in fact. But when you're holding position, they're taking it slow. It's the next best thing, to being invisible. Magnetic view makes any metal in the vicinity pop out in your field of view. That includes mines, guns being held by hostiles in cover, hidden caches, you name it. The terrain you're going into is almost desert. Long sight lines, not much cover. Take an assault rifle with attack scope attachment. It'll give you good range for distance work, and full auto if you have to rock and roll. Stop the truck, stop the truck! Can't hit the truck! Let's go! Can't kill the truck! maire, wii can't kill the truck! Von dem Level habe ich mir ein Gameplayer angeguckt, damit ich weiß, wer das Spiel ist und etwa. Aber ich fand es halt wegen dem Level auch ganz interessant, aber es ist echt schon ein bisschen zu viel Action. Ich dachte, wegen den Stealth-Anzügen wird das so ein bisschen technischer. Kommt auch ganz drauf, wenn wir was spielen, ne? Als Ziel der Sache ist es ja, die Leute nicht zu erschießen. Aber ich fand ich halt bei Metal Gear so cool, dass ich in der Tat quasi da durchlaufen kann, ohne fast auf die Endgegner irgendeinen zu erschießen. Basically Time to sleep, you son of a bitch. Hunter, this is Overlord, what's your status? Overlord, Hunter is in position, ready to move on your go. Copy that. Primary objective is to locate and secure Makava's latest weapons shipment. And Makava? Secondary. His suppliers are our main interest. Was hast du gerade gemacht während ich den gekillt habe? Zugeguckt. Okay. Hast du Metall an sich dann gemacht? Ja. Total cool. Du musst noch nicht mehr die ganze Tende. Haben wir Dings? Ich kill den mal. Mit einem Gewehr? Nee, so. Stealth, ja, vielleicht gegangen. Warum glänzen die so? Die schwul sind. Spinner. Ja, was machen wir jetzt? Um singeln oder was? Jetzt kommt Stealth-Action. Wo bist du? Ich bin rechts. Ich probiere jetzt ums Haus rum zu gehen. Er guckt aber extrem gerade zu mir. So, ich kill mal den einen der noch einzeln steht. Ja? Du hast glaube ich keinen Dings, keinen Schalldämpfer. Achso, so witzig man. Ich glaube ich wurde entdeckt. Scheiße. Entdeckt kann Stahl. Egal. Tot. Ich auch. Ich hab ihn noch umgekriecht. Gar nicht. Ich hab's geschafft. Okay, also. Man sieht, wir haben uns die Bewertungen vom ersten Level zu Herzen genommen. Wir wollen jetzt alles safe machen. Wir wollen gut spielen, das kriegen wir super hin. Das ist doch... Man findet immer einen Spieler rein. Deswegen gibt's ja die Anfangslevel, die ein bisschen einfacher sind. Und du hast recht. Zum Glück spiele ich mit dem Pet. Runter. Wenn du zweimal nach links drückst oder nach rechts drückst, bin ich gleich. Mhm. Geht davon vorwärts nah. Vorwärts geht kein Turz überhaupt. Das ist schon cool. Scheiße. Was ist? Wieso bin ich noch hinterm Baum gekommen? Wo ist denn der Baum? Keine Ahnung, aber ich bin aus dem Sinn auf Laufen. Also, ich wollte laufen. Ich hab vergessen, dass wenn du läufst die Tarnung weggeht. Der Anzug. Einer nur. Da hinten ist noch einer. Ich kill den hinterm Auto. Im Umkreis ist auch keiner mehr. Der hat doch eben was gesagt von der... another one. Da hinten ist noch einer. Ja, aber der ist ja schon zu viel weg. Den kann ich doch erschießen, das ist doch keiner in der Nähe, oder? Das sind zwei. Der nimmst du dir hin. Ja. Der ist history. Das sind drei. Boah, da sind direkt noch vier Stück. Also, ich würde ja gerne noch die einzelnen... killen. Killen. Na toll, Lukas. Wie konnte ich bestimmt entdeckt werden? Ich habe 100 Millionen Stealth am Flug. Ich mache mich noch mal nach. Nein. Eles haben da Hundом gewollt. Wo ist denn hier noch einer? Ich habe auch extra einen Metalldetektoren-Mode an. Okay, jetzt fertig. Nimmst du noch Muni mit? Hab ich schon, ja. Wau, Camel, wir sind sicher. Schuss. 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 Sock,иф. Okay. Krz. Naarfenbüß. All right. Yeah, I think it's better for me, isn't it? No, uh... Yeah, I want to go ahead. Who are you going to? On the four. Okay, then I'm going to the... Three. What? Hello? Hello? He was our only way in. We'll have to scrub the mission. I'd have to press something different. I heard a shot. Yeah, that was me. But I didn't know... He said, on your word. And I thought... Okay. I don't have any word functions here. So, just shoot. Just shoot. There's probably one that you shouldn't shoot. You should run. Yeah, yeah. The Clan. The one with the back to the truck. Is that the yellow one? Mark two. Target three. Fourth target. I've marked them now, right? Yeah. I've marked them too. The fourth one. Ready to fire. I've marked them now. I've marked them now. I've marked them now. You have it right on your shot. Yeah. Yeah, but you have to... Ready? On your word. So. It's moving. Yeah. Ha, ha, ha. Hast du gesoomt? How can you zoom? With the right click. I'm hitting you right on your shot. Well, yeah, I've been zoomed. So, okay. Then, 1,2, and then I'm going. Man, why are they not shooting? Because they're the mongos. Wir müssen alle gleichzeitig töten. Ja, oder weniger gleichzeitig. Wir sind zu viert, also vier Gegner, also ich denke schon, dass das irgendwie geht. Ja, ja, aber die sind alle markiert. Ja, ich werf da gleich eine Handgranate rein. Ja, das bringt ja nichts, dann ist ja auch unser Typ tot. Ja, ich glaube, ich bin ein Kaku-Mirge, oder? Ja, ich bin ein Kaku-Mirge. Ja, ich bin ein Kaku-Mirge. Du hast auch die drei, dann ist die vier. Jetzt sind wir bereit, steht da oben. Alle vier haben's. Los! Ja, komisch, warum hat das nicht geklappt? Weiß ich nicht. Sehr uneuffällig. Steh low, keep quiet. Do not attract any attention. Listen up, Ghost. I want to make sure we're clear on rules of engagement in here. Once we hit the camp, we're clear to engage hostiles, as long as we don't raise any alarms. Get in close, make your first shot count. If you've got multiple targets, mark them and drop them at the same time. Campbell should be enough to let her slip in unnoticed. We need to keep it that way. If McCauver spooks, we're gonna lose our chance. We all need to be on point, understood? Got it. No sweat, Cap. Roger that. Hunter, just a heads up. Looks like you've got a storm blowing your way. Don't dawdle. Copy that. We never do. And add our stars. An all-time guess that's it? If they don't remove the enemies behind your hand. I don't think the nature of gun 很-matched combat situations, we're ready to ask one. Nlling Shaver, just theief of guns, the EconomS are ready to start with the way... also wird es wird extrem städtisch schulen zivilisten das bedeutet nicht dass wir keine tüten zum die wir alle gleich erschießen ich übernehmen oben ok ich hoffe ich kriege das hin ok super das lief ja mal gut ich habe zwei mehr 12 o'clock got another one here three o'clock by the car what's he doing just talking that eyes on another one by the tree also neutralised roger then genickbruch ole ole das wird schwierig die zu töten ich bin hinter dir machen wir jetzt wieder einen simultan schuss ja ich links zu rechts ich bin nicht mehr oder schießt einfach beide ne habe ich ja nicht das hat den ersten erschossen das nicht Ich bin weiter. Hier ist noch ein. Der ist vor dem Weg. Postel down. On the move. Schönen Genickschuss. Ich hätte natürlich vorher mal gucken sollen, ob da noch mehr sind. Das ist doch ganz gut gegangen. Oh, ich bin außer der Beweichwerte. So, ich markiere wieder. Warst du das? Ne, ne, also wenn ich zwei markiere und die beiden Computer-Kameraden da, die markieren, also die schon anvisiert haben, dann killen die die automatisch. Wie verhplus verse 905 ist. Ich habe eine Beweichwerte, nämlich auf die Beweichwerte. Ich habe einама Kaba. Eine Beweichwerte! Ja, Hุ, F Province hilft in ihrem Telefon Cambior. Ich verstehe, Hüther. Was nervt mich grad? Bist du mein Kopf für Ratten auf Mono? Ich kill den da. In unserer Nähe. Von überall. Jetzt haben wir den... Ah der eine guckt uns grade zu. Sollen wir Kuhn? Nee. Wurde irgendwas davon gesagt, dass man hier alle auf einmal killen soll? Hier warte mal, ich markier die... Warte mal, da sind da noch mehr. Ich markier die drei. Nee. Ja. Ähm. Markier mal einen von denen, also zieh mal einen an. Wird. Wird's Elbe. Wird ja. Wird. Wie ist es? Wird. 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 Falschen Weg dann Guckt er mich an? Ich glaub schon. Ich kill den da oben. Perfekt Kregel. Ich glaub der hätte Alarm schlagen können. Da war ich ein bisschen vorschnell. Gelegentlich rufst du den? Ja. Sehr gut. Muss ich ihn töten oder muss ich ihn festnehmen? Nee, einfach erstmal folgen. Ich ruf mich auch drunter, ich kann ihn reden. Ey, der sagt wir sollen Magnetsicht aktivieren. Ich lauf die ganze Zeit nur damit rum. Ja, ich auch. Oh, da kommen vier. Vielleicht können wir sie markieren. Jetzt ist es in der Seitenstraße. Ja, warte bis die weiter sind. Wenn du die beiden markierst, dann killen die den direkt. Äh, die direkt. Das ist schon weit weg. Ja, wir killen die. Ach, hast schon markiert. Und? Und? Sehr gut. Sehr gut. Als nächstes mal markierst du die nicht, dann killen wir die. Einfach. Lass uns nach der Mission eine Runde Pause machen. Okay. Und? Ja. 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 Wie lange? Aufschleifen. Ja. Ich markier wieder, ja. 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 Du hast nur zwei markiert. Ja. Ja. Ja, ja. Du hast nur zwei markiert. Ja. 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 Is das in der Bedeutung? Ja Oh shit Ich bin ein Bedeutung Ich bin ein Bedeutung Es gibt nicht ein Bedeutung Es wird ein Bedeutung Wow, unheuer Worte, nicht mehr Ich bin nicht mehr Wir sind nicht mehr Oh man! Ich spiele auch wie ein Spasti hier. Hey Lukas! Kannst du dich mal heilen? Wie bist du? Dein Hintern? Ah! Pepper liegt am Boden. Das ist ein Problem. Was ist das? Was ist das? Okay. Beide liegen am Boden. Waaah! Heizt ihr den anderen noch? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ehh, die resten da draußen. Hörg dich raus! Hörg dich los! Hörg dich los! Durch das Zelt kann ich durchschießen oder? Ich habe ja auch schon versucht. Ja. Ja. Aber durch manche Materialien kann es anscheinend durchschießen. Wir proben ein bisschen Kopf raus. Aber das Gute ist, die Bots nehmen auch immer die Position der anderen ein, die ich gerade erschossen habe. Wir merken, entdeckt werden ist nicht so gut, wenn man zippiert ist. Boah ey, ich spiele so schlecht. Durch die Ballerei dürften wir auch schon wieder beschissene Steps haben, ne? Ich finde, das macht trotzdem nicht Bock. Zwischen, ja. Ich schaue auf die Satelliten der Airstrippe. Es sieht aus, dass Makaba's shipments sind, und sie sind bereits offloadsend. Sir, wenn wir den Planen kommen können, können wir den Planen machen. Wir sehen, wo es ist, und vielleicht wo es ist. Good call, Kozak. Overlord, Hunter ist verabschieden. Wir werden versuchen, den Daten aus dem Planen zu retten. Verabschieden, Hunter. Ich verstehe. Ich verstehe. Du musst gehen gehen. Die Stürmer fangen in. Mein Betrug ist, dass die Crew versuchen, zu erzeugen, bevor es aufsteht. Ich verstehe das. Und kein Respekt, Captain. Aber das klingt nicht so, wie das, was wir zuhören wollen. Komm, Pep, live ein bisschen. Ich möchte, viel zu leben. Deshalb will ich es nicht. Ich mag es nicht mehr, als du, Pepper. Aber wir setzen uns nicht unsere ganze Zeit. Entstanden? Kriegel, warum ist eigentlich dieser Typ dann gerade eben gerettet? Ist das ein Spitzel oder haben wir ihn einfach gerettet und jetzt... Spitzel. Okay. Also dürfen wir nicht entdeckt werden, oder ist das egal? Nicht entdeckt werden, denke ich. Okay. Weitere Zwing-Win-Win-Win-Win. Target down. So... Movin. Got eyes on another one. What's he up to? He ain't taking the smoke break. Keep pushin'. That plane's not gonna wait around for long. There's another one. Three o'clock. That's two targets. On your shot. Target three. On your word. Standing by. Ready. Backward. Target eliminated. That's a super Einstellung. I'm realizing. This markieren. That when they just... Add one hostile. That when the first one shoots, it gives the signal. Plane starting to roll. Cap, hold up. Cap, watch the call. Bring it now. Smoke and fire on the end. There's one and two more. Right there by the flame. Right there by the flame. Stand up, here we go. Move it! Hospital down! Frag up! Copy, frag! Watch that tower! Would we have to get a RPG or something? I don't know. Or just just frag grenades? Just on it. I said shoot. So I guess we should get something to shoot. No one's own. Cambo activated. Looks like three riflemen. Straight ahead. Second target. On you. On you. On your word. Marking target three. On your shot. Hostel down. Decker. Yeah alright. I'm moving. There's one more. In the building. It's a little light they're doing. Taking a small break. Cool variable. There's another Hostel. Open the balcony. Mark two. Zoom crew. Holding for your shot. Ready to fire. Look in your way. Watch it. Flasher. Huh? They're on the move! Who? I can't see. I can't see. I can't see. But who? Right. Cap was the call? Bring it down! Public fire dude! Behk do it. Come on! I got to. Come on! Come on! Watch out of there! iße! Scheiße. Ja, aber wie kriegen wir das denn kaputt? Du musst auf den Motor schießen. Das ist ein Punkt, den kannst du dann draufschießen. Das ist ja noch ein paar mal getroffen, aber ein paar mal zu wenig. Kann man da auch Vollautomatik irgendwie einstellen? Oder muss man einfach nur gedrückt halten? Camo up. Straight ahead. IC3, all with assault rifles. Das kann ich dir nicht genau sein. Over in that building. What are they up to? Taking a small break. I'm moving. I'm moving. Keep pushing. That plane's not gonna wait around for long. Holding for your shot. Oh, careful. They're looking your way. Hä? Where do I see you again? What do I do? Open fire! Engage. Plane start to roll. Contact gun ahead. Get up one to go! We're gonna set our focus fire, man! Haha, ich war nie tot, ey! Kann auch das selbst betrüfteln. Hä? Nee. Ich bin halt gerannt und wollte dann in Deckung gehen, und dann bin ich über die Deckung geschlagen. Ooooah! Ich hab das Ding nur noch achtmal getroffen, aber... Nein, nicht spielverlassen. Was? Ich hab glaub ich auch sehr noch auf Spiel verlassen gedrückt, aber... hab noch auf Abbrechen... hab irgendwo gegengekriegt. Hm... I've got three Hostiles. They've got assault rifles. They're straight ahead. They've got three frames. Mark you. On you. On your goal. On your shot. That's a confirmed kill. Got another one here. Patrolling, I'd guess. There's another one. We see them. They're two on our left. In the building. Target eliminated. Keep pushing! That plane's not gonna wait around for long. That's so important. Kriege... Jetzt links von hier. We must the best of the guys there... Warte noch! With that you're fired. I think I've found the reason why you were entdeckt. In the dungeon, there is one behind. So long, we got this fighting kill. And... I just shot him. There's four trillion meters. Don't do it anymore. Twelve o'clock. Now let's go. oh 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 Wir sind gerade nicht geil, das ist ein Kaffee. Der Buchtdauerfeuer auf dem Krieg. Das hat mich nicht geholfen. Ja, Broil! Was denn? Wir haben das Ding runtergekriegt. Wie das denn? Ich hab das Dauerfeuer drauf gemacht. Ah, der hat schon zerballert. Der ist so dumm, der ist so dumm. Perfekt, danke. Jawoll. Wie geht's? Wie viel Zeit wir haben, bevor der Sturm zerbricht. Nicht genug. Ich dachte, wir hätten schon wieder nicht geschafft. Ja, aber hast du den ganzen Zeit noch draufgeballert oder was? Ja, ja. Was ist das denn? Scheiße. Ich dachte, wir müssen jetzt noch mitlaufen. Dann sind wir vorbei. Was ist das denn? Wir sind in der Lage, die Flucht zu spät. Wir bringen in der Flucht. Die Flucht. Der Flucht. Wir sind in der Flucht. Der Flucht. Der Flucht, ihr seht ihr wieder. Wir sind in der Flucht. Wir sind in der Flucht. Ich denke, wir sind bei uns jetzt. Wir sind jetzt auf dem Platz. Wir werden nach der Flucht. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht mehr die Flucht. Das ist aber auch ein kreativer Username. Das ist aber auch ein kreativer Username. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich habe hier noch mal abgeschossen, was man sehen kann. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist wirklich gut. Auf der Move! Es ist noch ein Fenster! Tuck it down! Door in the park! Come on, Colt! Get in the gas! Scheiße, ich hab keinen Splitter-Gonaten. Oh? Hattest du noch welche oder was? Wie war das? Wir sind zu selbst einen An-O-Death-Kann gegangen. Wir sind ein An-O-Death-Kann. Wir sind ein An-O-Death-Kann. Wir sind ein An-O-Death-Kann. Wir müssen Sie sagen. We got her! We're hurrying you! Come on! We're moving! Cover! They're moving! Contact! Down ahead! Keep down! Keep the pressure up! I'm not too bad! We're moving! Cover me! We're all hot! Keep down! Keep down! Deployment! We got reinforcement! On the move! We're all hot! We're all hot! We're all hot! That's awesome! It's a mess! Let's go! Head down! You're hot! Cloudy and you're hot! WAH! Ich gehe dir in dem Haus. Ach, der ist schon gut. Was ist denn da? Huh? Alle drei erschossen. Leading, reloading. Overlord Hunter, we've reached the crash site. Overlord copies. QRF is inbound to set up a perimeter, but you've got hostiles closing fast. You'll have to hold a position. Understood. Too bad we didn't order the immediate reactions for us. They come. Stay low and watch each other. Go out! Engaging! Great job out there! They're trying to fight loud and loud! Off the map! Here come one of them! Off the transport! Watch it! Take over now! Cover! Move it! Straight ahead! Almost inbound! Focus on the cover! Daylight range! Great idea! Keep it together, go! You are out of the area in front! All right! We're taking coming for reinforcement! Off the plane! Watch our left! They're flanking! Watch it! They're flanking! Watch it! They're flanking! Off the left! Hit the rifleman! Off the left! Zipper's getting it! It's a speedcat! Go! Right! Watch the right! I don't know where! I don't know where! Did you also die? No! Fh! That was Seattle! You're getting out of there! Just as many people! You're getting out of there! No! Bye! No! 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 So much pressure! I don't know where you are! Oh, yeah! He's down. Roger that. Hostile truck. Reloading, cover. Hostile movement. I'm suppressing. 12 o'clock. Rifleman, we've got control. Now keep it. Trash one. More from this house. Focusing on the gunners. Stay on the train. Great idea. Keep it together, go. QRS, be here in a second. Contact, 12 o'clock. Was passiert? Ich hab den Gunner so schön in der Fahrt erschossen. Und dann sind die anderen einfach wirklich drüber gefallen. NFL Combine hat angefangen. Ja. Ja. Ich habe einen Entschuld. Freak up! Wir sind auf dem Weg! Wir haben einen Humpf in der Front. Humpf! Wir sind auf dem Weg! Auf dem Weg! Wir sind auf dem Weg! Wir sind auf dem Gunters. Daylight Rage, ein Problem. Keep it together, Gold. URF will be here in a second. More Hostiles inbound! Let's finish them off! Power, I'm moving! The ground is right left! Contact, get ahead! Hostiles by the truck! Crash one! Smoke one! Wobbleck off! He's out! Slash out! Hey! Take cover! Lock them! Lock them! Lock them! I got a pin! Get ahead! I'll break them in! Target down! Smoke them! Keep on them! Where the hell are they all coming from? Oh my lord, where's our backup? Get out! Get serious, Captain! Get out! About damn time! About damn time! I'm down! I'm down! I'll get to him! I'll get to him! Get out! Get out! Let's go! We got online vehicles! We got to go! Let's go! Let's get to him! What? Did you also die? No! Was jetzt sagen, dann wirst du nicht glauben. Hamburg führt 2-0 gegen Dortmund. Ich sterbe, ich sterbe. Hey, 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 hey! Gave it together, Gulf. QRM to be here in the back. They've got me moving! Can't move it! They're trying to circle left! Light vehicle launching. Nine o'clock. Time to go! Finish them! Come on! They're on the move! Twelve o'clock! Los geht's! I'm reloading. Where the hell are they all coming from? Oh, Lord, where's our backup? They're on the right hand. They'll be in time. I'm forking luck. On the left vehicle. Back focus. Let's move. I'm taking a hundred miles. Get ahead. That's it. We're clear. Overlord, sight secure. Well done, team. QRF will take over and secure the aircraft's black box. Let's get you back out of there. Yeah, ride to bed. Yoo-hoo! Hey! Oh! What's that then? Yeah, hammer-hard. I'm not getting shocked. Yeah, we're just crazy. Well, I mean... ... two-thirds of the mission couldn't make a lot of wrong, right? Probably everyone's going to do the same thing. Marking, shooting, marking, shooting. ... two-thirds of the mission couldn't make a lot of wrong, right? Yeah, that's... ... but we have... ... but we have... ... but we have... ... every third... ... every third shot of the mission for us. Okay. So, new recording? I'm looking at my... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020